Musik Die Burgergruppe mit Sitz im Schwarzwalddorf Schonach zählt zu den führenden Anbietern von feinwerktechnischen Produkten weltweit. Das familiengeführte Unternehmen hat Tradition. Seit fünf Generationen besteht es und die sechste arbeitet bereits mit. Das Unternehmen wurde 1856 gegründet. Als Hersteller von Uhrenbestandteilen im Sandgussverfahren hat sich dann im mechanischen Uhrwerk weiterentwickelt. Und bereits zur Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert, haben wir dann im Apparatebau unser Geschäftsmodell fortgesetzt. Wir sind heute in der Antriebstechnik tätig, sowohl im Metall- als auch im Kunststoffbereich und bieten unseren Kunden als Systemlieferant von der Entwicklung über die Herstellung von Muster und Prototypen bis hin zu den Werkzeugen und Betriebsmitteln eine komplette Lösung. Alles kundenspezifisch und maßgeschneidert, sodass wir sagen können, wir sind sehr oft drin, aber wir stehen nirgends drauf. Ein Unternehmen der Burgergruppe ist die SBS Feintechnik. Auf modernsten Fertigungsanlagen entsteht hier, was in vielen Branchen als Herzstück angesehen wird. Hochpräzise Antriebssysteme zur Kraftübertragung im Automobilbereich, der Medizintechnik für Haushaltsgeräte, Gebäudetechnik sowie im Anlagen- und Maschinenbau, kurzum überall dort, wo Präzision gefragt ist. Erfahrene und permanent weitergebildete Mitarbeiter sind die Basis für den Erfolg der Burgergruppe und nur so lässt sich aus den modernen Fertigungsanlagen das Maximum an Effizienz und Qualität herausholen. Was mit der Entwicklung und Fertigung mechanischer Uhren begann, konnte SBS Feintechnik auf andere Produktgruppen übertragen. Denn die sprichwörtliche Präzision eines Uhrwerks ist heutzutage für viele Anwendungen ein Muss. Voraussetzung für höchste Qualität ist eine durchgehende Prozesskette von der Entwicklung und Konstruktion über den Musterbau und die Qualifizierung der Prototypen. Diese Bereiche sind im eigenen Hause angesiedelt und profitieren somit von der Erfahrung und den Rückmeldungen aus der benachbarten Fertigung. Kontinuierliche Verbesserung ist hier keine Theorie, sondern Praxis. Gleiches gilt für das Qualitätsmanagement, das alle Fertigungsschritte begleitet und für eine lückenlose Dokumentation sorgt. In Sichtweite des Stammsitzes befindet sich ein weiteres Unternehmen der Burgergruppe, die KBS Spritztechnik. Hier entstehen Kunststoffprodukte in kleinen, mittleren und großen Losgrößen. Ihre Qualität liegt, wie die ihrer metallischen Verwandten in der Burgergruppe, auf höchstem Niveau. Die Trocknung und Beschickung mit Kunststoffgranulat geschieht vollautomatisch und sorgt damit für gleichbleibende, planbare Qualität. Erfahrene und permanent weitergebildete Mitarbeiter stellen sicher, dass die Anlagen unterbrechungsfrei laufen. Die hohen Investitionen rechnen sich somit und sorgen auch am Standort Deutschland für attraktive Kostenstrukturen. Eine der Kernkompetenzen der KBS Spritztechnik liegt, neben den Zahnrädern, in der Herstellung von mehr Komponententeilen aus Metall und Kunststoff oder verschiedener Kunststoffe, die in einem Fertigungsschritt hergestellt werden. Präzise, schnell und effizient. Immer im Blick haben die Werkstoffexperten der Burgergruppe dabei die hohen Qualitätsanforderungen ihrer Kunden. Nicht umsonst spricht man in diesem Unternehmen nicht von Mitarbeitern, sondern mit Denkern. Auch hier bei der KBS Spritztechnik gilt, Qualität entsteht nicht durch Kontrolle, sondern in den Köpfen. Ein weiteres Mitglied der Burgergruppe ist die SPS Mechatronics. Hier führt das Unternehmen seine Kompetenzen der einzelnen Unternehmensbereiche unter einem Dach zusammen und kombiniert sie mit Motoren und elektronischen Baugruppen. Das Resultat sind hochkomplexe Antriebseinheiten für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die Bandbreite mechatronischer Produkte, die hier entwickelt, qualifiziert und gefertigt werden, ist so umfangreich wie der Markt selbst. Kundenspezifische Lösungen entstehen hier in bedarfssynchronen Losgrößen. Gefertigt auf automatisierten Anlagen, dient von hochqualifizierten Menschen. Die Burgergruppe ist eine Bürgerfamilie. Und das ist, denke ich, das größte Unterscheidungskriterium, das wir haben zu anderen Unternehmen. Die Menschen, die leben die Firma, die leben unsere Produkte, die leben unsere Maschinen und die leben unsere Bürgerfamilie. Und das von der Entwicklung über die Konstruktion bis hin zur Fertigung und Auslieferung. Modernste Computertechnik unterstützt die Projektierungsphase. Konstruiert wird an leistungsstarken CAD-Arbeitsplätzen, an denen 2D- und 3D-Volumenmodelle realisiert werden. Exakt nach Kundenwunsch. Wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben engagierte und innovative Mitarbeiter und wir sind einfach gerüstet für die Zukunft. Und die beginnt bei der Burgergruppe mit den Auszubildenden. Junge Menschen, die sich für eine Karriere bei SBS oder KBS entscheiden, profitieren von einem Ausbildungskonzept, das zahlreiche Auszeichnungen und höchste Anerkennung unter Arbeitsmarktexperten genießt. Dabei spielt die fachliche Ausbildung ebenso eine Rolle wie soziale Kompetenz, Teambewusstsein und Flexibilität. Und das lernen die Auszubildenden hier nicht nur an der Werkbank. Ob in der Burgerakademie oder Sonderprojekten wie der Aufzucht von Schafen, die Menschen stehen im Mittelpunkt und sorgen so, fast schon wie von allein, für Erfolg. Seit 150 Jahren, heute und in Zukunft die Burgergruppe.